willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ja ich habe mal gedacht genau irgendwas mit gedacht steht ja im titel drin aber ich habe mal gedacht ich gehe mal aus dem kleinen herausforderer raus weil die nur 10er cks gespielt haben oder kleiner weil da so viele leute ihre helden machen und habe gedacht ich niste mich mal hier beim lieben fred ein also im klaren mister mobile fanboy aber falsch gedacht falsch gedacht egal ich habe falsch gedacht ich weiß aber ich habe dann irgendwann das nicht das einsehen gehabt aber ich habe gedacht kommt wurde deine helden levels ist eigentlich auch egal hier mit dem rathaus zwölf ob das jetzt hier beim mobile fanboy ist oder beim herausforderern oder weiß der geier wo eigentlich völlig latte und wurde auch die klaren spiele spielt also habe ich gesagt ich mache mal ein bisschen klaren spiel hiermit und rocke mit euch die cks ja gut gedacht gut gedacht torsten also selber bin ich natürlich grün gar keine frage aber ich habe jetzt ich habe noch mal mehrmals durchgezählt ich glaube wir sind sechs grüne ja hier sind so alle rot sieht also gar nicht mal so anders aus als im moment bei uns oder bei vielen also hier werden auch glaube ich helden gemacht ohne ende und naja was willst du machen ich werde die klaren spieler zu ende bringen wir müssen hier so ein bisschen mit elektro drachen was tun und zwar drei sterne holen mit den elektro drachen ich habe allerdings auch noch eine andere luftarmee am start pass habe ich schon länger fertig also auch mit dem rathaus zwölf jeder war ich jetzt länger auch nicht aktiv also nicht so richtig aktiv ein bisschen aktiv bin ich immer aber nicht so richtig so also mal so eine bußstunde einlegen und mal richtig was reißen hier das sieht man immer daran daran ich meine okay der pass ist bald durch da bin ich sogar ein bisschen schneller als der torsten aber hier hinten die perks die vorteile längst noch nicht alles voll und daran sieht man eigentlich so ein bisschen dass ich jedoch jetzt nicht ganz so ultra viel mit dem charakter mache 38 gewonnene attacken 14 die fences wollen das ist jetzt auch nicht so so wirklich viel und naja ja aber wie gesagt falsch gedacht ja ich habe gedacht ich rocke mal hier richtig mit dem frieden katzikas aber nein naja ist nicht so schlimm einige haben ja gefragt auch in den live streams wieso bist du eigentlich da ja ich meine es ist ein ganz normaler clan wenn wir ehrlich sind also das ist ja jetzt nicht wo es wo so dran steht dieser clan ist nur für ferien mit typen oder sowas sondern das sind ja menschen wie du und ich also warum sollte ich da nicht mal reingehen ich hatte den in meinen favoriten und er ist ja recht ähnlich wie der clan der herausforderer und deswegen hatte ich mal gedacht ich gucke ich gucke da mal nach da kannst du deine spiele auch machen und vielleicht größere zika spieler die haben halt auch keine wirklich größeren zika gespielt ich muss mal überlegen ich muss hier glaube ich immer noch so und blind nehmen dann nehmen wir den mal er hat hier multis und packen wir mal ein bisschen kleine brötchen mit dieser mit dieser armee ich bin die tage auch genötigt worden mit ich will jetzt nicht sagen mit mit so einer armee anzugreifen aber ich sollte ein sui sui lalou machen auf auf nicht abgefarmte gegner ok sui klappt jetzt noch nicht mit mit dem dann noch 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 weniger aber vielleicht klappt ja ein bisschen was anderes vielleicht klappt ja ein bisschen was anderes mit dem und deswegen machen wir das mal hier mit dieser truppe mal sehen mein king soll jetzt außen lang gehen meinen worten darf ich nicht vergessen ich habe es heute schon wieder mehrmals vergessen den worten umzustellen queen könnte darüber springen jetzt habe ich die queen wieder vergessen springen zu lassen mal sehen ob sie da nicht doch noch rüber geht oder ob sie jetzt weiter noch richtung links zum minwerfer geht das ist jetzt die große frage also ich springt rüber ok ist ich springt rüber und dann können wir die glaube ich noch mal in gut bringen der king ist da außen lang gegangen ok das ist in ordnung ich habe jetzt einen von denen dabei ok dann setzen wir den einmal dort und die anderen hier so hinter dass das ganze ein bisschen sinn macht den blimp hier auch mit rein und natürlich unseren worten jetzt muss ich ein bisschen aufpassen und vor allen dingen ein wenig mit den zaubern hantieren hier vor allen dingen mit den eiligen zaubern hier aber ich habe ich habe mal wieder die rechnung ohne etwas ganz bestimmten gemacht hier ja 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 ich schade 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 okay das radhaus haben aber schon mal das ist an der stelle man nicht ganz so schlecht oh die die tornado falle mein letzter eilzauber hier außen geht noch ein bisschen was hier hinten geht noch was ja ok den haben wir noch immerhin gemacht den haben wir immerhin geschafft und dann kann ich gleich auf jeden fall mit meinen anderen drachen angreifen und hier ich glaube hier war es eigentlich nur also ich kann ich kann eigentlich ein bisschen ich kann ein bisschen üben diese taktik hier auf radhaus level 12 denn die kann ich weder auf 12 noch auf 13 richtig gut deswegen erst mal auf seinen lauen elfer hier und dann später später ein bisschen mehr die baue ich jetzt auch auch wieder nach hat halt den charme dass ich manchmal jetzt hatte ich das dass das ich glaube ich muss mal den nach vorne nehmen dass ich das einfach ja wie gesagt ich muss es einfach ein bisschen üben und muss ein paar sterne hier noch mit dem blind machen ich will in jedem fall den pass auch komplett voll machen für die ganzen punkte und natürlich jetzt aber gleich das clanspiel hier mal gucken 333 einmal oder nicht einmal drei sterne sondern einfach nur drei sterne okay da kann man natürlich auch ein angriff länger machen dafür ich würde sagen wir bussen eine stunde und dann lassen wir eben mal die helden helden durchrecken ja toto boosted eine stunde alles klar ich wollte mir mal uns geben lassen warte mal ja okay ich habe jetzt einen kleinen timeout haben die tage auch leute gefragt ob es noch diesen timeout gibt den es früher gab ja es gibt ihn da steht ja ganz in rot okay also ich hatte jetzt ein bisschen wenig pause ohne schild beziehungsweise 0 sekunden dann muss ich jetzt sowieso raus und einen größeren cut machen also sehen wir uns erst dann wieder wenn hier alles fertig ist gut dass ich den boost nicht angeworfen habe aber ich glaube der boost weiß ich gar nicht läuft er denn weiter oder läuft er aus oder hält er an wenn während weitungs pausen sind und so ist der ist er ja noch da bzw da hält er an aber ich glaube hier wenn ich jetzt so eine trennung kriege da läuft er weiter ich bin mir nicht ganz sicher ich möchte jetzt auch nicht ausprobieren also machen wir kurz einen schnitt und dann sehen wir uns nach der roten pause hier wieder jo und während während der kleinen auszeit wurde ich natürlich angegriffen und viele fragen auch ab und zu mal toto hält deine base hier die sieht zwar schick aus ja aber sie hält nicht sie hält leider nicht das ist halt das kleine problem und man könnte meinen ich wollte jetzt gerade sagen man könnte meinen ich habe keine defense habe ich jetzt gerade eben gedacht aber wenn ihr genau hinschaut meine klanburg war am pennen meine klanburg war am pennen ich hatte die vorher pennen gelegt weil ich die ganze zeit kein schild hatte und habe gedacht jedes mal wenn du weg gehst wirst du angegriffen dann verlierst du deine klanburg truppen nicht das natürlich ein bisschen doof denn ich hatte hier sieben loots drin und ja dann sollte man das sollte man seine klanburg denn doch schon auf aktiv stellen um da nicht zu sparen dann brauchst mich auch nicht wundern dass mich an so einer hier mitnimmt auch ein rathaus zwölf übrigens ich habe schon mal nachgeschaut und ja man könnte meinen meine defensive ist gar nicht da aber ich habe auch ein bisschen was im ausbau wenn auch nicht so super viel aber okay keine klanburg keine gegenwehr und dementsprechend leichtes spiel hier für ihn ich weiß gar nicht ob ich ob meine helden da jetzt auch noch gepennt haben habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet aber wie hat er das hier eigentlich bis zum ende hinbekommen okay die beiden helden noch zündbar und ja jetzt kommt die queen die queen kommt eigentlich fast überall dran also und fast jedes defensive gebäude in der range da muss ich vielleicht doch mal ein anderes dorf hier nehmen wo das nicht mehr so einfach ist aber eigentlich bin ich ja nicht so der pusher oder der derjenige der so darauf achtet dass seine base so ultra gut ist und immer deft und so sondern ich bin eher darauf bedacht den den loo zu holen und nicht irgendwo pokale zu pushen oder so was auch ich bin auch ein bisschen hoch glaube ich im moment ich bin auch ein bisschen hoch champ 2 ist eigentlich nicht so mein ding mit torsten bin ich heute auch untergegangen um so ein bisschen wieder so lazy farming zu machen was das denn hier der bogen hier voll durch die mauer hat gesehen voll durch die mauer der bogen da hatte ich noch mal da die normale extra reichten reichweite die die queen hier naja okay wir gucken mal wie viel prozent er am ende gemacht hat mit dieser truppe hier war sicherlich nicht günstig aber auch ganz gut was mitgenommen zumindest glaube ich hat er mich auf null gefarmt würde ich sagen oder hat er mir noch ein bisschen was übergelassen ein bisschen übergelassen okay naja ehrlich aber egal wir wollten ja was wollten wir wir wollten hier mit den edelachen angreifen ich habe auch alle 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 sinne beisammen und alle truppen vor allen dingen beisammen hier beim mobilen fred im clan und ich bin mal gespannt ich werde die klaren spiele jetzt noch zu ende machen mal sehen vielleicht spielen ja doch noch irgendwie in ck in den nächsten ein zwei tagen solange werde ich sicherlich noch für die für die klaren spiele brauchen und dann schauen wir mal dass wir hier noch so ein bisschen was gerissen kriegen jetzt brauche ich natürlich ich brauche natürlich mal wieder eine base die auch so ein bisschen zu mir passt also ich kriege ja häufig 13er die jetzt auch nicht so dolle sind aber immerhin sind es auch 13er und ich ja nicht so der geübte bin so ein 11er nehmen wir auch nicht mit weil die wolken halten sich heute aber so ein bisschen in grenzen so einen können wir auch mitnehmen den seine clan bookie ist auch am pennen das heißt da kommt tut sich ja nichts raus und so ein können wir tatsächlich mitnehmen aber ich weiß nicht mit mit den drachen und mit dem wir können es doch mal machen wir können das doch mal machen mal sehen ich nehme mal meine helden der worden steht auf oben okay dann gucken wir mal was wir hier mit unseren helden reißen können mit unseren sowie helden mal sehen für 35 pokale gibt ja okay also müssen wir mal mal sehen hier king und kriegen 50 61 ich meine das geht schon aber man merkt schon im höheren level bereich sieht das schon ein bisschen anders aus aber mein king geht da ganz ganz gut durch und die queen nimmt sich vielleicht jetzt doch doch noch die luftabwehr da geben bitte nach daher dankeschön okay dann nimmt sie sich schon mal die luftabwehr und auch noch den tesla dort den x bogen auch noch wunderbar und dann kann es jetzt eigentlich hier reingehen ich weiß das sind jetzt nicht realistische bedingungen aber die wollte ich auch gar nicht schaffen ich muss mal eben gucken wie wir jetzt hier eigentlich rum fanden können wie wir hier noch so ein bisschen besser fanden können so dass wir von eigentlich nicht von da ich muss mal sehen von wo ich jetzt eigentlich reingehe let me have a look okay ja eigentlich ist ich leben aber ich mache es mal ich mache es mal von ich mache das mal von da so dann können die nämlich hier jetzt reingehen worden mit dahinter ich weiß ich jetzt ziemlich viel hier was jetzt hier gerade ist aber mal gucken wie wir so eine base hier schaffen könnten und nein nein nicht nicht die okay wo ist da ist der böse da ist der böse feger den gilt es jetzt hier dauerhaft im zorn zu halten sonst pustet der mir ewig meine meine ganzen drachen hier raus wunderbar und jetzt pustete aber meine drachen nach nach daraus dann nehmen wir hier noch mal den boot dann haben wir das eigentlich ganz gut gemacht ok zwei sterne kriegen wir in jedem fall müssen wir gleich noch ein stern sammeln da habe ich nicht darauf geachtet vielleicht sollte man doch ein bisschen auf die bisschen auf die fege achten und vielleicht doch von einer anderen seite angreifen denn der adler ballert die ganze zeit ist vielleicht nicht so wie die gute armee auf so einer box b ist hier so eine halb box ring base so halbwegs das müssen wir üben toto ok aber immerhin zwei sterne 56 prozent und loot jenseits von gut und böse die müssen wir in jedem fall noch mal machen denn da habe ich jetzt erst oder habe ich jetzt erst zwei ok da ist nicht so schlimm ich werde jetzt mal busan anhauen oder rein hauen dann klappt das hier vielleicht auch noch mit dem ein oder anderen klaren spiel vier von fünf können wir ruhig nehmen denn ich habe noch so ein bisschen was im pass hier und ab und zu kriege ich auch hier mal eine aber im moment geht hier gar nichts also esse ich hier ok da war noch eben eben wollte eigentlich noch jemals was machen was brauche ich denn eigentlich ich brauche auch wieder lohn's lohn's oder ne ich nehme ich nehme mal nur luft luft reich das ist dann ein bisschen nicht gift sondern gut das ist dann so ein bisschen allgemeiner und da mache ich hier mal ein bisschen weiter bei den klaren spiel hier im clan mobile fanboy und 1600 wie gesagt so ein tag will werde ich sicherlich noch dafür brauchen auch wenn es hier noch recht nackige spiele gibt allerdings muss ich mal schauen bei meinen anderen accounts die müssen wir auch ein bisschen was machen also denke ich mal switch ich auch auf die rüber ich würde sagen das war es erstmal von mir vielen lieben dank fürs zuschauen welche folge fallen hat lassen daumen und ein like nach oben da abonnieren nicht vergessen heißt es immer und den kanal abonnieren damit ihr kein video mehr von mir verpasst und ich würde sagen bis zum wochenende euer toto bis zum wochenende euer toto